Wenn wir die Krankheiten behandeln, dann gehen wir den Weg zurück, woher stammen die Krankheiten und was ist die familiäre Veranlagung. Und wenn wir das klar bekommen, dann sollen wir das zuerst behandeln. Ist auch logisch, denn der Patient leidet von diesen Beschwerden. Und daher zum Beispiel mit Rheumatoide Arthritis, eins der Hauptmittel in der akuten Situation ist Röstoxikodendron, mit Schwellen von den Gelenken und Hitze und Steifheit und Verschlimmerung durch Kälte und Verbesserung bei Wärme und Verschlimmerung durch Stillsitzen und Verschlimmerung bei Aufstehen vom Sitzen und Verbesserung bei durchgehender Bewegung. Das sind alles Röstoxikodendron-Symptome. Das sind alles Tuberkulinum-Symptome. Sind ganz dasselbe. Genau dasselbe. Woher sollen wir denn entscheiden? Soll ich Tuberkulinum geben oder Röstox? Also Röstox geht nicht zu der Familie hinein. Tuberkulinum wohl. Und Tuberkulinum ist weniger fähig, die akute Situation zu reduzieren und wieder zur Ruhe zu bringen. Das kann Röstox besser. Also dann wechseln Sie ab. Dann geben Sie beides. Geben Sie Tuberkulinum Röstox und dann neutralisieren Sie die übererbte rheumatische Tendenz und dann das akute Heilmittel Röstox neutralisiert die akute Situation. Das ist logisch. Akut-Miasmatisch, pflanzlich, übererbt Tuberkulinum. Und das sind unterschiedliche Mittel von unterschiedlichen Reichen, die interferieren nicht, die helfen einander. Die stören einander nicht. Die sind komplementär. Die machen die Reaktion heil. Sie drehen den Haaren der Erblichkeit zu und Sie reduzieren die akute Situation. Es ist ganz einfach. Es ist logisch. Es wirkt ausgezeichnet und dauerhaft. Sie brauchen nur Turen der Krankheit zurückverfolgen können bis zu weit in die Vergangenheit zurück. Und dann ist es wirklich irre, dass Sie mit einer Nosode eine Krankheit, die Ursache 100 Jahre zurück, wovon die Ursache 100 Jahre zurückliegt, dass Sie das neutralisieren können. Die Nosode wirkt 100 Jahre zurück in den Patienten jetzt. Es ist wirklich, es gibt keine andere Möglichkeit. Bedeutet das, dass pro Patient muss man einmal durch das Erbliche durch und ist dann gut oder kommt man dann immer wieder bei jeder Behandlung wieder darauf zu kommen? Nein, wenn der Patient die Nosode eine Periode genommen hat und in Situationen, wo er anders krank geworden wäre, wenn er da nicht mehr krank wird, da weiß man beinahe sicher, dass man die Erbtendenz neutralisiert hat. Normalerweise, wenn es im Herbst kalt wird, dann schmerzen mir meine Gelenke und dann werde ich und so weiter und Sie haben zu Beglühungen gegeben und China und Rostock und sind jetzt bei Calcarea Phosphorica angelangt und Sie haben nur Calcarea Phosphorica und der Patient im Herbst kein Problem, da wissen Sie sicher, dass Sie das über Erbte neutralisiert haben. Und wenn er sich fünf Jahre später ein Bein richtet? Dann geben Sie eine Gasse Empfindung und Calcarea Phosphorica und dann läuft er in einer Woche wieder. Okay, dann ist das ein Problem. Das ist ein Problem. Ja? War schön, heute Morgen habe ich ein Röhre über einen Kalb. In vier Tagen heilt das aus. Gebrochene Knochen heilt man in einer Woche. Es soll nur der anatomische Zustand richtig hergestellt, wiederhergestellt werden und einen stabilen Bruch und dann ist es einiges in Fetum und Calcarea Phosphorica und in einer Woche ist es geklappt. Einiges in Fetum und Calcarea Phosphorica das sind wirklich Wunder. Das heilt so schnell wie Sie zum Beispiel auch eine Beschädigung an Ihrer Hand das dauert eine Woche oder in einer Woche ist die Knochen auch gehalten. Da kann man wieder laufen. Thank you. Aye? 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 те